Okay, 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 okay. Also nächste Runde Team Liga. Diesmal ist der... Ich würde es nicht unbedingt einen Jaina-Pick zuerst nehmen. Nee, ich meine, ob ich generell Jaina spielen soll. Ja, aber wer healt dann, wenn Megasort Abatour nimmt? Ja, dann heal ich. Ja, sicher. Warum Abatour? Ganz ehrlich, warum Abatour? Was, den Lebertasser daneben? Dann haben wir einen Healer. Nimm mal Jaina, Mali. Wir brauchen jetzt einen First-Pick schnell. Nimm Jaina. Ja? Ja, auf der Karte bitte. Los. Ich bin hier, um zu helfen. Der Kreuzzug ruft. Nichts hält den Schwarm auf. Nein, nein, lass den mal ruhig Abatour spielen auf der Karte. Das macht er gut. Äh, dann würde ich sagen Diablo Abatour. Oder? Diablo Athanas. Ne, ne, das hat nichts mit Bock zu tun. Abatour ist sehr stark auf der Karte. Aber wir brauchen jetzt zwei Picks. Diablo schon mal einloggen, bitte. Und da Tarnis. Go, go, go. Sonst nehmen die irgendwelche Randoms. Gut. Mach mal nicht so einen Stress hier, ey. Ich mach ja keinen Stress, aber wenn er dann zufällig meinen... Ich bin auch schon ganz gestresst. Wenn er zufällig meinen Thrull nimmt, dann haben wir keinen Healer. Wenn er meinen Thrull nimmt, lockt er sogar einen. Aber gerade hat er Thrull, deswegen. Kommt er nicht auf was schon eingeloggt aus? Ne, wenn keiner auswählt, es können ja alle gleichzeitig drücken, dann nimmt er zufällig zwei. Ja, aber die, die man vorgewählt hat, oder? Ja, ja. Kerrigan wieder. Und das die gleiche? Schon wieder Kerrigan-Lily? Das ist doch schon wieder das gleiche Setup. Ne, zumindest einer aus dem anderer, weil er eben beinahe mit pyrillischen Zeichen drin ist. Geil! Wir machen jetzt aber nicht wirklich viel Schaden, oder? Doch, wir haben zwei Jainers im Team. Okay, gut. Durch Abatür-Klon. Ja, ja. Und der Diablo macht auch gut Schaden. Ja. Und der Atanis hoffentlich auch. Naja, was soll der auf der Wattlane schon machen? Ach, fickt sich doch, ey. Ach, fickt sich doch, ey. Lien, du bist schon auf, ne? Durch. Tychus und Kerrigan. Alles klar. Ja. Da kann man auch gut Schaden. Soll ich dann auf die Watt gehen? Ähm, ja. 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 Wir haben aber an sich ein gutes Setup. Das müsste normalerweise gehen. Das hat er da. Support kann ja auch noch ein bisschen reinstormen. Ne, ich war die Flächen der Bot. Ich werde auf der Bot zu 99,8% auf Zagara treffen. Um. Aber muss jeder ein bisschen zucken. Ja, hauptsache nicht pushen. Hauptsache nicht sterben. Oder, ähm, Marley geht mit Jaina auch für Bot. Für den, äh, Eisregen kommt vielleicht besser klar. Ich weiß es nicht. Ich kann auch irgendwie sitzt auf die Bot gehen. Und ich bin, ähm, eins gegen eins gegen Zagara unterlegen meistens. Ja, da ist aber jeder unterlegen Zagara ist so ziemlich der beste Held auf allein. Ich kann auch mal gucken, wie ich klarkomme. Ich gehe mal runter. Okay. Also, wie gesagt, Zagara ist so ziemlich der beste auf allein. Da kommt keiner gegen, klar. Mir fällt zumindest keiner ein. Vielleicht Shen oder so, aber... Hämmer. Hämmer? Ich weiß nicht. Hämmer. Naja, ich glaube nicht. Sonst gehe ich runter. Ich schaff das schon. Ich, ich glaube nichtmals Hämmer. Ich bin die Bot ja schon gewöhnt. Also, ich kann auch. Ich habe nichts dagegen. Ach, kein Problem. Ich merke, es läuft doch nicht so gut. Da können wir ertauschen. Okay. Okay. Der Glaube überkommt die Angst vor. Dann gehe ich mit der Tasse. Tazada! Mit dem Flugzeug! Der Kampf beginnt in Durcheinigkeit Ja, aber der Megasword macht das richtig gut auf der Karte mit Abatur, muss ich echt sagen Der hat da so eine geile Strategie raus Schon mal ein Cripting wasted, zwei gewastet Okay, ich hab zwei Kripte hier unten Ja, Zagara ist top Oops Ups Ich hab die Karte, ich hab die Karte Ich hab die Karte Der ist ne Flugrunde Die Schreine werden bald aktiv sein Und beraten uns auf der Schlachtfest vor Unterwegs Ne, 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 bleib unten Was? Echt? Ne, 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 pass schon, sorry Ich brauch schon sagen Ne, ich hab das nicht gehört, dass Schreine sind Das hab ich nicht wirklich kennst Nein, 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 nein Das hab ich nicht gehört Dud-Timings Ah, aber von denen ist auch einer tot, also alles gut Ah, ich hab grad gegen Tykes gegämt, als ich storben bin Du willst aber auch mal einen Krampf haben Nee, ich dachte du willst hochkommen wegen Deffen, weil hier vier Leute sind, aber das wär ja Quatsch gewesen Ich komm nicht wegen Deffen hoch, hör mal, hab ich hier besser zu tun Boah, eh ganz schön hart ich glaube du musst da raus ist knapp aber wir haben hier Viecher wir machen jetzt noch einen Anlauf dann kriegen wir es hin zusammen bitte noch nicht sterben Phoenix also schon mal da vorne genau nicht zu krass overextenden fightet hier an dem Ding ne ja ja ich habe jetzt versucht ein paar Viecher zu kriegen jawohl und komm Beineberg komm lass es gut sein soll ich mit pushen oder soll ich wieder aufs alle zum Pool und dann könnt ihr euch wieder auf die Lanes verteilen denke ich mal gut komm wir denn nach oben ne du kannst mir helfen beim Camp hier Malik soll ich hier mal zum Camp versuchen ja komm wir komm wir ja dann müsste ja ja dann sag ich Das kam genau zur richtigen Zeit. Weile Mitte. Ich komme mal Mitte zu dir, damit ich dir ein bisschen helfen kann. Oh, bei Marius. Jo, ich komme. Macht euch bereit, ne, Schrein. Los, aktiviert den Schrein. Wir müssen noch kurz den Fuhl an, vorher, Sekunde. Bin da. Ah, das fehlt noch. Ich bin hier im Blick da. Ah, ich muss zurück. Seid vorsichtig. Ich bin nicht. Kommt hier hinter die Wand. Ja, guck mal hier, wer hier wartet. Ja, guck mal hier, wer hier wartet. Ja, guck mal hier, wer hier wartet. Das Bambi sind feig, nicht? Ja. Ah, die holen jetzt halt alle Camps, ne? Ich werde fortunterstützen brauchen, die stehen mit drei Mann da und haben das Camp dazu. Wir machen aber kurz ein Nudel, hier haben wir es baubar und dann weiter, oder? Alle, das sind so gut. Schandelt sich Energie an. Macht sie uns zu Nutzer. Helm, entfesselt den Bestrafer. Er soll unsere Feinde in Stöcke reißen. Nur supporten. Oh, Helm. Blut. Ich sage, auf Ziel zu weitung. Wir müssen uns neu planieren. Versteht. Go, go, go. Lass es regnen und lauf. Oh, Mann, ey. Ein Eisbeschall verdient den hohen Himmel. Streck sie nieder. Schnell. Ach hin. Blut. 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 Versteht. Blut. Blut. Endlich! Ihr Bestrafer wurde vernichtet! Das kam genau zur richtigen Zeit. Das war kein Zorn. Wir können auch hier... Ah, Phoenix, das ist sehr greedy. Hey, ich wollte nur kurz gucken. Na gut. Wollte nur gucken, ob es das war. Dann gehen wir runter. Fangen wir mal los. Ich wollte kurz Mana holen. Hier zusammenlaufen, oder? Mitte. Oh, oh. Ja, Mitte sollten wir defen. Was soll das denn? Ich hoffe, ich habe ihn ja nicht packen können. Was ist das? Ich bin es? Ich bin es? Nein. Ich bin es? Nein. Mach weiter weg, mach volles Leben, dann geh ich weiter. Das war ein ganz guter Kampf. Das war ein ganz guter Kampf. Sehr gut, das Stück brauchen wir noch. Achso, ja, dann lassen wir nochmal einen Regenreim machen. Boah, wie ich geblockt werde, ey. Sehr gut, haben wir. Vorwärtsbestrafer, legt die hohen Himmel mit eurer Arkanenwacht in Stutt und Asche. Arkan-Bestrafer, auf jeden Fall mit pushen. Alle. Komm sofort nach. Oder soll ich den Hintergrundschub über die Camps machen? Äh, ja, ja. Gut. Versuch den, ähm, deren Kleine zuerst zu machen. Weg 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 weg. Weg weg weg. Weg 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 Ich hab auch geskillt, dass wenn ich euch shielde, ihr in Speed habt. Ham? Jo. Aber ich muss halt nur sehr defensiv spielen. Was hast du gesagt? Es läuft ganz gut, ich muss halt nur sehr defensiv spielen, wenn ich sonst direkt weg bin. Ja klar. Wir haben drei Camps gut in der Zeit. Viele fangen immer an zu weinen, Tassa der Only Support, aber eigentlich geht das ganz gut, wenn man vorsichtig spielt. Wann ich das? Wann ich das? Lass mal hin. Ich muss nur verlocken. Komm! Aaaaaaah! Ich wollte gerade sagen, komm zurück, die will uns snacken. Was? Schau dich mal hin. Unaufhalt! Unaufhalt! Boah! Ja dann mach mal das Ding in der! Ja doch ganz sagen, es wird durchdruft jetzt die Sekunden, es kommt mal raus. Es wird doch echt richtig geil gelaufen, es sind alle durch meinen Strahl gerannt. Ah! Richtig schön ey The comeback is real Am Anfang sah es noch echt Böser aus ey Sollen wir mit pushen? Ja ja ab jetzt immer zusammen mit pushen Nur wir sollten halt zusammen sein Du bist alleine Deswegen mach ruhig da das Camp Genau Und der Rest der jetzt respawnt Wir machen uns langsam auf den Weg Entweder ist der Bestrafer dann down Dann haben wir Pech gehabt Dann machen wir hier in der Mitte das Ding kaputt Würde ich sagen Nach dem Camp Dann kommt jetzt direkt hoch hier in die Mitte Okay Unser Verstrafer wurde niedergewechselt Wir versuchen die Ich habe ihn nicht mehr, ich habe ihn nicht mehr, ich habe ihn nicht mehr. Aber sehr, sehr gut, weil in der Zeit, wo wir hier gekämpft haben, wird unser Abortour noch ein bisschen weiter gebuscht. Ja. Überfestungen sind down, unten ist auch schon ein bisschen, also zumindest der Eingang angekratzt. Na, jetzt machen wir schön Bot-Camp. Die machen hier Hard-Camp. Oh, bei einer Welt brauche Hilfe unten. Der nächste Schrank soll bald aktiv sein. Kurze Frage, vom Timing her, wenn ihr unten mit dem Camp fertig seid, soll ich das an unser Hard-Camp anfangen, dass ihr kurz zur Hilfe kommt und wir weiter zum Schreien laufen? Ja. Oh, ich wollte die so dringend haben. Ja, Joanna-Fokus ist immer... … Wir können direkt durchzuschreiten, das Kipp habe ich. Der führt so lange, bis ihr hier da seid. Ja, genau. Ganz genau. Sehr, sehr gut. Aber das wird zumindest zu dritt, beziehungsweise viert mit Aperture. Das machen können. Ich bin eingesaugt. Ich bin eingeschränkt. Ja Sorry, ich musste, hab genau in dem Moment mir selbst ein Schild gegeben, wo du down gegangen bist, Mali Ja Wenigstens hab ich noch jemanden mitgenommen Das ist aber die Hauptsache Ja, ich mein, die Fights, die laufen immer gut für uns, ne? Ich mein, die sind tot, wir nicht Ja, für mich auch Und den da weg, so, und jetzt den, so, fertig Dummerweise muss ich nach dem Fall immer zurückpornen, weil ich sonst, äh, nicht weitermachen muss Soll ich wieder Cam Master machen, unten die beiden? Ne, eigentlich können wir jetzt sogar einen Sack zumachen, ne? Guck mal, der im Core 50% und der Bestrafer läuft auf die zu Im Solo geh ich da nicht rein Ich bin jetzt auch wieder da Ne, ne, wir gehen jetzt, wir kommen jetzt Ja, Mitte Wieso, ich lauf kurz mit Diablo vorbei Wieso, ich lauf kurz mit Diablo vorbei Wieso, ich lauf kurz mit Diablo vorbei Ja, es ist alles klar Das ist jetzt 3G, Leute. Sehr schön. Ja, war schön. Ich bin 4. Wenn ich nicht so lex hätte, wäre es noch schöner. Ah. Das hat eigentlich gut geklappt. Ich bin nicht most hero-damager. Guck mal, 94K gehealt, also. So schlecht ist das jetzt auch nicht. Oh nein. Antanas, ja, das ist doch alles gut gewesen. Meines Tests sind nicht so toll. Ja, ich hab's immer dem nicht von Types wurden lassen. Ja, im Early Game. Gibt doch Megasort, ruhig meine Testdaten. Die meisten Nachholungen hab ich.